Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Kasper und ich werden die größten Schneekugeln bauen, Freunde. Es ist jetzt wieder die Weihnachtszeit angesagt. Es schneit jetzt wieder bei den meisten. Also bei mir aber zum Beispiel schon. Und deswegen werden wir heute ganz große Schneekugeln bauen und die dann so eine Piste runterrollen lassen, Leute. Und auch viele Quäste machen und sowas. Lasst euch einfach gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Messe möchtet. Dreht dann mal ganz kurz euer Handy, drückt dann auf die Glocke, dann verpasst ihr auch gar kein Video mehr. Hier kommen nämlich täglich Videos. Und checkt gerne noch mein Weihnachtsmeisch aus, Freunde. Und jetzt hat es dir Spaß mit dem Video. Hey, es schneit, es schneit. Endlich Schnee. Juhu. Schnee, endlich Schnee. Boah, das sieht ja so cool aus. Oh, wir können uns ja auch einen Schneesturm kaufen. Uiuiui, aber was genau machen wir heute überhaupt? Wir werden heute, oh, Schneebälle machen. Was? Und zwar, natürlich müssen wir erstmal so eins machen und danach können wir die, glaube ich, auch rollen. Was ist das? Kurz, sag mal. Und wir damit mal rollen lassen? Ja, erstmal müssen wir die groß genug machen, dass die ja auch rollen können. So, hier, guck mal jetzt. Oh. Oh, jetzt geht es viel schneller. Was denn? Ich kriegst du direkt, ah, lol, jetzt, lol. Ja, ja, du musst die, irgendwann kannst du die nicht mehr tragen, ne? Und guck mal, kannst du das nicht mehr machen können. Pass auf, komm, wir können jetzt hier zu dieser Piste gehen. Alter, wie groß der schon ist, ne? Ja. Oh, Uiuiui, Alter. Ey, man hat das gleich maximalste Größe. Ja, wir haben eins auch, wir haben eins auch. Okay, okay, komm. So, ich habe jetzt... Was genau können wir machen? Und jetzt, äh, sollen wir anscheinend den rollen lassen? Ja, freilassen hier, ne? Warte mal, ich lasse mal genau hier. Ah! Und freilassen. Wow, wir können den bewegen. Ja, stimmt. Okay. Wirst du die Dinger berühren? Können wir springen? Ah, verdammt, wir müssen berühren. Was denn? Ah. Was müssen wir denn berühren? Oder? Nein, nein, wir müssen ausweichen, die ganzen Sachen, oder nicht? Verdammt, ich habe die alle berührt. Oh, Mann. Du auch? Nein, ich bin gleich schon ganz unten gefühlt. Ich bin schon bei 2.500 Metern. Du auch? Ne, ich bin draufgegangen mit meinen. Ah, lol. Ne, ich bin schon richtig weit. Oh, sehr gut, ich habe Münzen eingesammelt gerade. Ich nehme jetzt so klein. 3.000 Meter schon. Was? Alter, das rollt immer noch weiter. Alter. Ey, ich will auch. Ja, dann mach dich schnell neun. Mach dich schnell neun. Ey, der hat einen richtig großen. Aber das Ding ist, ich glaube, wenn man... Oh, jetzt freue ich auch mal gerade schon. Ich glaube, wir können das Ding ist, wir können, glaube ich, danach unsere Sachen verkaufen an den Schneemann, Bro. Ah, lol. Das kann sein. Okay, also außer ich sollte eigentlich easy sein, oder? Oh, ja, ja, ist easy. Ich bin jetzt schon bei bestimmten Dingen berühren, oder nicht? Ähm, da liegen ab und zu so Coins und Geschenke rum, die darfst du einsammeln. Stimmt, ich sehe, das Geschenk. Oh, epic. Oh. Das sind auch Geschenke. Oh, der ist auch wilder. Mann, jetzt habe ich das nicht übersehen, das Geschenk. Wo habe ich hin? Oh mein, das ist ja voll cool. Ich frage mich halt, wie lange der jetzt rollt. Ich bin schon bei 7.000 Metern. Was? Ja, ich roll schon seit gefühlt seit 20 Jahren. Das ist ein Weihnachtsmann, ich weiß nicht, ob ich den berühren darf. Ich glaube nicht. Hä? Aber irgendwie sicher, dass man... Hä? Ich glaube, du musst die Dinger berühren, ne? Was, meinst du? Ich glaube schon. Jetzt bin ich drauf gegangen, jetzt bin ich gegen den Baum gefahren. Hä? Hä? Und ich habe gerade mal 11 Coins bekommen. Was? Du hast 11 Coins bekommen, Noah? Und ich bin 7.500 Meter und 8.000 Meter gerollt. Ah, dann weiß ich. Okay, wir müssen die ganzen Dinger berühren. Deswegen hat das auch so gut angezeigt. Ich habe jetzt gerade... Ich habe jetzt gerade 144 Coins bekommen. Was? Wie viel? Bonus 80 Coins. Weiß auch nicht warum. Aber was? Also du crasht sozusagen gegen die ganzen Sachen. Auch gegen die Bäume crasht du gegen, oder was? Ich bin jetzt gerade gegen den Baum am Ende gegen gecrasht. Ich hatte nur so einen kleinen. Okay, guck mal. Man kann jetzt ums Schneemann-Bro gehen und kann auch die Schneesachen verkaufen. Und wir können dann, guck mal... Boah, der Großen! ...in den Shop gehen. Basic Boost. Warte mal, aber ich habe noch einige Coins. Ich muss erst mal abchecken. Was genau kann ich denn zerstören jetzt? Wir können Handschuhe und sowas kaufen. Und schaufeln. Ah, lol. Ich muss das alles zerstören, ne? Ja, ja. Lol. Okay, warte mal. Ich hole mal ganz kurz mal bessere Schuhe. So. Okay. Wie viel Coins hast du jetzt gerade? 53 nur noch. 53. Ah, hier kann man bessere Schuhe kaufen. Ja, stimmt. Da, guck mal. Golden Boots steht hier. Schuhe. Schaufeln. Okay, krass, krass, krass. Komm, wir machen weiter. Oh, kaufst du die da? Was? Hast du die gerade gekauft, da? Was? Nein. Was? Wie? Du hast doch gerade die goldenen Schuhe. Wow. Wow. Alter, jetzt bist du voll schnell. Wow. Du könntest ja richtig schnell das aufmachen. Guck mal. Oder Eddie, hoch mal den Ball. Guck mal, wie groß der Ball ist. Hä? Wieso ist der so groß? Ich kann den nicht größer machen. Oh, lol. Okay, krass. Aha. Guck mal, jetzt kann ich den rollen lassen, glaube ich. Ja, bei der größte auf jeden Fall. Bei der größte auf jeden Fall. Ja. Ich frage mich halt, ob man alles mitnehmen muss, ne? Also, ich glaube, das hatte die Figur in der Mitte gesagt, oder nicht? Eigentlich schon, ne? Ich glaube, bei Bäumen muss man ausweichen und auch bei irgendwas anderem oder so. Also, er steht immer so nice. Ja, das ist gut. Das ist immer gut. Also, bei Bomben muss man auf jeden Fall ausweichen. Oh, hier ist ein Weihnachtsmann. Äh, ein Schneemann. Oh, nice. Ah. Geschenk. Nice. Schneemann. Great. Oh, nochmal ein Geschenk. Oh, nice. Nochmal. Und... Ah, hier gehe ich direkt kaputt. Aber man verliert immer so ein bisschen Größe. Genau, genau. Das ist halt auch das Schwierige. Meiner ist gerade so groß, ne? Ich kann gegen voll viele Objekte dagegen gehen. Ah. Dann bist du schon voll weit... Dann war das ja voll krass, dass ich bis 7000 Meter gekommen bin. Oh, aber ich bin halt nur so gegen gekommen, weißt du? Ja, das ist halt das Ding. Muss halt schon irgendwo entgegen kommen. Ja, okay, okay, okay. Aber krass. Gut zu wissen. So, dann muss man alles mitnehmen, glaube ich. Okay, warte mal. Was kann ich denn hier noch machen? Zack. Zack. Auch die Bäume. Bam. Oh, oh, oh. Boah. Ahahaha. Hey, hier ist volle Schnee... Ahahaha. Was hast du denn gemacht? Wow. Ich habe mir sowas gekauft. So ein Schneesturm. Ah, ich bin jetzt drauf... Du hast den Schneesturm gekauft. Oh, hat 300 Coins bekommen. Ja, aber wo ist der jetzt den Schneesturm? Ey, der ist doch gerade voll hier. Ja, also ich meine, es ist alles stürmisch, aber bringt mir das jetzt irgendwas? Nein, du hast aber nur die Sicht schlecht gemacht. Och nee, der ist ja voll gut. Aber immerhin seht ihr jetzt alle nichts mehr. Verdient. Aber guck mal, man kann auch Schnee verkaufen an den Typen. Ja, genau, hab ich auch gesehen. Wie viel kriegt man denn von dem eigentlich? Auch ein bisschen ein paar Coins. Okay, gut zu wissen. Oh, das sind hier so Eisschollen. Ja, ich weiß, das heißt so Eisplatten oder so, ne? Die sehe ich die ganze Zeit schon. Warte mal, ich verkauf mal hier ein bisschen. Ich verkauf auch mal ein bisschen. Für 25 Coins 100 Schnee. Boah, voll der schlechte Deal. Ja, man kriegt da auf jeden Fall jetzt nicht sonderlich viele Coins. Voll der schlechte Deal. Also wollen wir uns mal Coins holen für Robux? Hol dir die goldenen Schuhe, dadurch kriegst du auch voll Dingens. Musst du nur einmal kaufen? Ja, oder ich hol mir einfach ein paar Coins. Das kann ich auch machen. Also das glaube ich jetzt nicht. Für 40 Robux kann man ja mal ein paar holen. Wie viele denn? Ich hab mir 2000 Coins geholt. Oha. Und da kriegst du direkt... Oh mein Gott, jetzt kann ich so viel kaufen, ne? Okay, ich kaufe auch... Wo kann man sich denn 2000 Coins kaufen? Äh, im Shop einfach. Ach, da oben. Okay. Handschuhe, dann kaufe ich mir noch neue Schuhe. Ich kaufe jetzt auch mal ein paar Sachen. Boah, eine neue Schaufel kannst du dir auch kaufen. Wie habe ich noch über 900 Coins? Ehrlich? Jetzt fehlen mir noch 100 Coins. Nein. Warte mal, ich guck mal. Oh, Handschuhe. Boah, jetzt gehst du aber auch schon voll schnell. Hier. Oh, warte mal. Tausend... Boah, mit den Handschuhen richtig gut. Mit den Handschuhen richtig... Jetzt habe ich schon so eine Möglichkeit 500 Schnee einzusammeln. Was? Ja, Alter. Ich kann 2500 Schnee einsammeln. Boah, krass. Bestimmt wegen der Schuhe. Ja, ja. Die Schuhe bringen richtig viel. Auf jeden. Alter. Und das Ding ist, jetzt kann ich gleich mit dem Ball runterrollen. Ich hab das schon voll direkt. Ja, auf jeden. Jetzt kann man die wieder rollen lassen, die Kugel, ne? Ja, ja. Und ich kann sogar die Eischollen einsammeln. Boah. Ich glaube, ich verkaufe hier einmal ganz kurz meinen ganzen Schnee. Weil ich will noch einmal die Schaufel für 1000. Hier kann man noch Quests machen, jetzt Jack. Ja. Jetzt kann ich mir die Schaufel kaufen. Hier, komm. Ja, ich bitte Quests machen. Oh, wir sollen ein Paket beliefern. Ein Paket beliefern? Was soll das denn sein? Zu Schneemann-Bro. Okay, ja. Okay, dann geh ich jetzt schnell zu Schneemann-Bro hin. Dann mach das mal. Ich sammle in der Zeit hier noch ein bisschen Schnee auf. Das ist ja cool. Okay, pass auf, warte mal. Dann geh ich jetzt hier zu Schneemann-Bro. Die 1000 kann ich jetzt schon aufsammeln, ne? Der 1000 Schnee. Ja. Habe ich das jetzt... Habe ich das Quest fertig gemacht? Ja. Hier alles aufsammeln. Sehr schön. Okay, warte mal. Ich geh jetzt mal ganz kurz mit meinem 2500 großen Schneeball. Alter, der ist schon 2500 groß? Den lass ich jetzt hier runter sägeln. Das ist... Weeeeee! Was kann man hier machen? Oh mein Gott! Äh... Okay, Dylan, was will der denn? Kann ich mit dem reden? Hallo, Dylan? Bam! Oh, eine Challenge! Okay. Oh mein Gott, ich krieg ja so viele coole Sachen, ne? Oh, man muss 5000 Punkte auf dieser Bahn bekommen, dann kannst du so einen Challenge knacken von so'n Dylan. Der hier ist. Ja, 5000 Punkte musst du bekommen. Coins! Awesome! Oh mein Gott, da kriegst du richtig viel. So, ich mach auch jetzt mal. Geschenk. 1400. Ich hab die maximalsten Bonus gerade. Okay. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich cool. Du kriegst am Ende fast nicht viel. Oh mein Gott, ich krieg... Alter, ich lass mal los hier. So viel ein hier, ne? Oh mein Gott! Oh, jetzt kriegt man voll viel. Oh, Geschenk! Ja! Epic! Oh mein Gott! Ja, ja, man kriegt der... Oh mein Gott! Du kriegst viel, viel mehr Geld, wenn du quasi schon den Bonus oben voll hast. Ja, stimmt, stimmt. Wenn du alles berührst. Hier noch. Hier. Dann hier der Diamant. Sehr schön, nehmen wir mit. Oh, ich... Oh, ich geh jetzt in den Iglo rein! In den Iglo rein! In Iglo! Boom! Oh, Großgeschenk! Alter, was ich alles einsammel, was ich bekomme! Was ich bekomme! Das ganze Iglo zerstören! Ah, jetzt bin ich draufgegangen! Ey, ich musste jetzt so viele Coins bekommen, ne? 1200 Coins! Was?! Ja! Und ich bekomme... Was bekomme ich? 526 auch gut! Auch nicht schlecht, ne? Hab ich jetzt die Quest... Äh... Ja! Ich hab die Quest geschafft von ihm! Ehrlich? Ja, schön! Jetzt muss ich zu ihm gehen und ihm sagen, so... Haha! Ich hab besser als du! Stimmt, ich muss auch noch... Warte mal! Dann mach ich auch noch eine Quest da vorne! Hier ist noch einer, ne? Erika! Ja, der hat auch einen riesen Ball! Ja, die hier sind ganz viele Quests! Was möchtet ihr denn? Leute, da kannst du Mischungs machen an denen! Ich soll jetzt 10.000 Schnee sammeln! Boah! Das ist ja einfach! Das sind ja... Was sind das? Du hast vier Kugeln oder... Aber dann kann man auch mehrere Quests gleichzeitig machen! Äh... Glaub nicht! So, sehr gut! Ich hab 150 Dollar bekommen von Dylan! Oder? Geht das? Doch! Mehrere kannst du gleichzeitig machen! Hallo! Wie cool! Oh mein Gott! Dann geh ich jetzt erstmal... Warte, wir müssen jetzt erstmal zu allen hingehen! Ich geh auch nochmal zu Erika hier! Komm! Andrea ist hier auch noch! Was will die denn? Was braucht die? Erika, ja... Oh! Ich soll zum Shop gehen? Hä? Erika will, dass ich 500 Schnee einsammeln! Bei dir solltest du 10.000 einsammeln! Ja! Voll krass! Okay, warte mal! Was hab ich denn noch? Da hinten ist auch einer hier bei der Holzhütte! Okay, mal gucken! Schick jetzt das Jack! Ich werd das mal ganz kurz... Oh, jetzt hab ich schon so viele Dinge ganz nah! So viel Schnee! Ich kann grad gar nicht mehr mehr haben! Hallo Jack! Ja? Okay, ich soll... Ich soll Erikas Kette finden! Die wurde im Schnee verloren! Oha! Äh... Okay... So, pass auf! Warte mal! Ich kann jetzt hier... Ich geh jetzt... Da ist noch Flipper! Hier noch irgendwo eine machen? Habe ich die Quest erfüllt? Hier? Was ist das hier eigentlich? So ein Tannenbaum? Ach ne, wir müssen... Ich geh erstmal weiter runter! Zum TV-Shop! Egal! Ich geh jetzt mal ganz... Ich muss 5.000 Punkte da sein! Oh! Oh! Bam! 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 Sehr gut! Bam! Da war noch ein Coin! So hier ist noch ein Geschenk! Geschenk und noch ein Drecken Coin! Oh mein Gott! Ich hab direkt den Bonus voll! Oh sehr wichtig! Sehr gut! Hier nehm ich mit! So guck mal! Bam! Der goldene Schneemann! Bam! Epic! Was? Ein goldener Schneemann war da gerade! Ich hab grad das Geschenk übersehen! Oh mein Gott! Hier sind 3 Geschenke hintereinander! Bam! 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 Oh Eklo! Ihr insane! Oh Eklo! Ey Eklo! Ey Eklo! Du siehst einen voll viel Leben, aber das bringt voll viel! Ja ich weiß! Ich muss da noch... Ich muss noch mal nen Ball machen! Hab ich jetzt ne Kästchen fertig? Ne noch nicht! Sollen wir Schnee einsammeln? Oh mein Gott! Ich krieg ja so viel! Lagerfeuer aufpassen! Jetzt kann ich... Boah! Der ne riesige Kugel! Alter! Oh nein! Der Bonus geht weg! Ach du musst jedes Mal quasi was einsammeln, sonst geht der Bonus runter! Ah! Hier Geschenk! Bam! Okay! Ich bin... Ich wurde aufgehalten! Okay! Also ich muss hier ein bisschen Schnee noch einsammeln! Dann hab ich gleich die Mission von Erika auch schon fertig! 1000 Coins hab ich jetzt! Die Quest erfüllt? Ja! Komm! Lauf hier mal lang! Ganz entspannt! Ich muss zu Jack zurück! Ah! Sehr gut! Ich hab die Quest mit Erika fertig und der andere will, dass ich die Kette finde! Aber wo soll die denn hier sein im Schnee? Gute Frage eigentlich, ne? Ja! Also ich versteh's auch nicht! Aber ich mein jetzt noch ein Schneeball voll! Ah! Okay! Warte mal! Jack! Sehr gut! 500 habe ich gleich wieder! Also ich würd sagen, wir lassen nochmal eine richtig dicke Kugel runterrollen! Ja! Würde ich auch sagen! Ich muss nochmal ganz kurz vorne zum TV-Laden gehen! Mach das! Und dann meine Questleute abklappern! Mach das ruhig! Ich sammle hier schon mal den Schnee! 1000 ist die Kugel jetzt mit 3 Stunden vor! Und ich kann mal gucken, ob ich im Shop mal was neues holen kann! Ja! Okay! Ich muss ganz viel Schnee einsammeln! Das ist auch ganz wichtig! Ja? Hier ist da noch... Oh mein Gott, hier sind da noch welche! Eure Schuhe! Ja egal! Die machen wir vom anderen Mal! Die hier! Oh, ich muss eh zu dieser Andrea! Mann, die machen wir vom anderen Mal! Ja, ich muss ja... Ich muss ja... Ja! Die Quests auf einmal! Sag mal! Wir machen noch mehrere Quests! Oh, komm! Ich lass meine letzte Kugel jetzt rollen hier! Und zwar in der Welt größer! Ja, ich muss ganz kurz den Schnee verkaufen und dann lass ich meine auch nochmal rollen! Mach das mal! Mach das mal! Mach das mal! Mach mal richtig großart in der Kugel jetzt! Ich mach die jetzt gleich so groß wie es geht! Guck mal wie groß meine ist! Guck mal wie klein deine ist da! Ey, meine ist viel cooler! Weil ich hab die goldenen Schuhe! Einlich! Deinlich ist da! Eine ist viel cooler als deine! Und dann wird auch viel mehr Schnee ein auf einmal! Man kriegt voll viel Geld durch die Quest! Okay, ein bisschen! Ne, ist nur 150 Dollar! So viel kriegt man da jetzt auch nicht! Ne, irgendwie nicht! Gerade hab ich grad auch gemerkt! Na gut, komm! Egal! Mach deine Kugel fertig! Oha, 1000 Dollar hab ich grad von der bekommen! Okay, das war gut! Das war gut! Ja, ich hab meine Kugel... Ich komm jetzt zur Piste! Dass wir die runterrollen lassen können! Sehr, sehr gut! Und dann will ich da einen richtig fetten Bonus sehen! Ja, ja! Ich will es auf jeden Fall sehen! Jetzt hier! John! Oh, nochmal 1000! Lass die Challenge machen! Ich komm jetzt! Wer weiter runter die Kugel stoßen kann! Okay! Okay, bist du ready? Ja, okay! Okay! Drei! Zwei! Drei! Go! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Oh! Okay, jetzt muss ich nur irgendwie... Oh! 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 Das ist ein Coin! Ich hab ihn nicht bekommen! Okay! Oh Gott! Ich sammle dich auch mal einen hier! So, warm! Mein Bonus geht immer leicht runter! Ja! Hier müsste der Schneemann... Aber ich komm noch keine Geschenke gerade! Aber mir kamen ein paar gerade! Zwei Stück, glaube ich! Das ist ein Geschenk! Ganz wichtig! Bam! Ist hier ein Geschenk irgendwo? Noch ein Geschenk! Sehr gut! Wichtig! Oh! Soll ich fürs Eco gehen? Nee, das ist zu riskant! Ja, ich mach... Oh! Und? Geschafft? Ja, ja! Ich hab nur ganz wenig... Ich hab ganz viel abbekommen! Okay, okay, krass! Wir machen, wer den höheren Score hat! Ah ja, okay, okay! Was ist dein Score? Äh, noch gar nichts! 1700! Was? Meine 17.000! Was?! Ja, ich geh... Ich bürore jedes Objekt! Nein! Geschenk verpasst! Nein! Ich bin direkt kaputt gegangen bei 3500! Oh! Jetzt bin ich ganz klein! Du die Schuhe gekauft hast! Jetzt bin ich ganz klein gerade! Mann, du hast gewonnen! Ich bin ganz... Geschenk! Ja! Komm, jetzt geh kaputt, du blöde Schneekugel! Ahhhh! Geh kaputt! Geh kaputt! Noch ein Geschenk! Noch ein Geschenk! Kein Geschenk mehr! Für dich gibt's hier kein Geschenk mehr! Ahhhh! Ja! Ich bin kaputt gegangen! Ahhhh! Aber immer, dass du gewonnen wirst! Aber ich muss schon sagen, waren auf jeden Fall krasse Schneebälle, die wir heute gebaut haben! Muss ich auch sagen! Richtig cool auf jeden Fall! Das soll's vom Video gewesen sein! Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen! Gerne die beiden Videos auschecken! Mein Merch auschecken! Und dann sehen wir uns morgen wieder, Leute! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!